Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Wir hatten gesehen, einer hatte mehr Helden. Das war es aber auch schon. Der Held ist immer noch der stärkste. Das sollte auch so sein. Ah, Edelstein ist sehr schön. Hm, kann es auch besser mitnehmen. Noch mehr Ressourcen. Jetzt sind wir schon bei 11. Für 10 könnte man da was kriegen. Ich meine, wir könnten jetzt theoretisch 10 Schwefel dahergeben, aber das lohnt sich, denke ich, einfach von der Anzahl her nicht. Okay, da oben wird sich irgendwie bekriegt. Und Koblenz ist eine Menge auch. Ach so, und ja, Kobolder heißen jetzt offensichtlich Koblenz. Jetzt denke ich auch im Englischen heißen. Und diese Feen heißen jetzt wohl Kobolder. Da brauchen wir auch keine Zauber. Wenn ich ran komme. Viel können wir nicht mehr lernen. Ja, einen noch. Das können wir halt nur noch verbessern. 5 und 5. Und wir sind Gold braucht es halt auch, ne? 5.000, äh, das ist einfach zu feiern. 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 6.000, äh, das ist einfach zu feiern. Ich weiß ja wirklich nicht, ob es sich lohnt, die sofort dort aufzustimmen, ob einfach die Normalen mitnehmen sollten. Aber... Ach, Arkel. Das war Gold. Gold sind die anderen natürlich besser. Okay. Mensch-Krieger. Oh, das heißt. Hm, mal Zauber. Wenn du zum Weg stehst. Ahem. Ein Paladin. Was, eine? Danke. Hier lag 500 Gold. Oh, ho, ho, ho. Da geht aber was. Jetzt können wir eigentlich die hier nehmen. Die sind eigentlich noch stärker. 300 TP sind sehr schnell geworden und sind jetzt Fernkämpfer. Hehehe. Ein Krasnaderlauf 5.000 obensee und zwei Edelsteine. Ich stehe. Ich stehe. Ja, das ist schon mehr weg. Titan. So, dann gehst du schon mal runter. schon gelernt so eine wer bloß noch oder haben sogar schon entfernt hier noch keine runter bekommen somit werden dann auch die bogenschützen hinfällig die sind wir da einfach zu langsam das heißt wir werden die jetzt auch mal raushauen hier ungefähr auf diesen weg hier begeben erst mal diese hier sind erst mal wichtigsten drei stück mehr kriegen wir jetzt denke ich auch die schnellen ja gut wenn wir jetzt nicht die magiergilde unbedingt ausbauen müssen dann könnte man ja sowas hier noch mal eintauschen dann so 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 okay dann kannst du auch weiter gehen ehrlich gesagt grün wurde besiegt ja wie sie schon gesagt haben bekämpft sie sich hauptsächlich gegenseitig hier und orange hat wohl auch eine neue farbe hier ich denke jetzt gibt es insgesamt maximal auch sechs da gut es gibt ja auch sechs fraktionen zeigungen auch mit den austauschen ein Da müssen die nicht mehr dort stehen. Aber eh niemanden, der lange. Also macht es das vielleicht mal so. So, dann können Sie jetzt zurückgehen. Oh! So schön. Ja, Saugung, da haben wir denke ich nicht ganz gut. Da war ja Level 11. Da rollen wir nicht aus. Das ist Medizin, Mann. Jetzt können wir nochmal einen Save ja nochmal machen. Okay. Hier ist halt noch eine Goldmine. Die wäre natürlich schon mal was wert. Eine Menge Meisterpikiniere, okay. Da wollen wir uns erst hin. Erst mal Richtung Osten hier oder... Ja gut, aber ich meine, wie schon gesagt, so eine Goldmine nochmal wäre eigentlich nicht schlecht. Zurück ist das nochmal so. Jetzt gibt uns bloß eins auch wissen. Also, ich bin ja schon nicht schlecht, weil ich frage, wie wir die halten können. Also wir müssen dann hier irgendwie dann mal was. Noch mal so eine weitere Burg oder sowas einnehmen. Ja, komm. Ja, komm. Sichttrefferpunkt, das gibt es schon mal noch. Hm. Sag mal. Okay, erst mal perfekt hier. Jetzt erst mal genügend Kristalle haben, ja. Jetzt könnte man fast die Magierkette ausbauen. Und dann haben wir ja... Da müsste unser Held ja erst mal wieder hier runterkommen. Unser Hauptmann. Ja, ich denke mal, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Vampirlorf. Sind wir schon auch nicht ganz ohne. 40 tp. Schnell. Können die sich in Fledermäuseverwandlung überall hinfliegen? Na gut, das war schon mal erledigt, ne? Da ist es schon mal sehr viel wert. Also, hä... Vorhanden 1 Bin ich irgendwo verrückt? Da steht doch vorhanden 1 Oder ist die Anzahl falsch? Hier steht 0,0 aus einem Grund Okay Das kann ich mir jetzt mal und da nicht erklären Da muss ich ehrlich sein Ach nee, die kosten ja 5000 Ja, okay Ja, naja So, jetzt ist aber auch einiges an Einnahmenamen Ja 3000 Also neue Dings Das ist drücken gerade so Das ist wie ein Stein Ich gehe jetzt mal ein Steiger mit dabei So, vielleicht war das Bleibt mal Massen-Eile So, das gibt aber noch alle Alle ihre Einheiten Okay Ich kann es auch gleich mal 10 Aber ich bin auch ein starker Zauber Das kann ich mal behaupten Das ist das erste Geist Doch mal allein mit diesen Einheiten kannst du dich wahrscheinlich mal hierher begeben Um einfach noch mal diesen Ähm Engpass sage ich mal zu halten Falls da doch mal irgendjemand Des Weges kommt Wir speichern waren Und auch Irgendwas schlechtes ist so richtig war nicht Weiße Perle Zauberkraft und Wissen plus 1 Das ist immer in Ordnung Das ist immer in Ordnung Das ist immer in Ordnung Und dann Du bist, wo du bist. Ja, wir lassen das mal so wie es hier, ja, wir können uns jetzt theoretisch noch einen Helden holen, der da nochmal was nachschickt oder so, aber das ist mir erstmal egal. Und wo müssen die ja herkommen, ne? Bisschen kleine Goldmähne holen, ne? Bisschen kleine Goldmähne holen, ne? Bisschen kleine Goldmähne holen, ne? Nehmen wir mal 72 von denen, das ist doch mal nicht ganz schlecht. Ich glaube mal, das werden sie nicht lange auf sich sitzen lassen, diese Goldmähne. So ein bisschen jetzt die Idee auch. Vielleicht hat der ja irgendetwas schönes dabei. Ja, das ist doch mal. Nichts. Oh ja, sehr schön. Wo macht man den? So. Mir hat das doch erst mal gefallen. Okay, muss ich das hier auch ein bisschen beschützen hier? Sehr gut. Hast doch Angst? Ah, so sieht das also aus. So. 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 ist jetzt hier unter den bohigraben und so weiter gebaut wird es natürlich alles den gegnern zu ihnen was wir am fernkampf macht nur durchschnitt dass sie selber besiegt wir haben sich ganz schön schaden bei uns an gerade alles zum glück gleich klar führung meister also moral ist so gut ja ganz schön was an schaden hier verursacht schon zwei marktplätze als christian muss noch 14 nicht mehr 20 grunnen was gibt es bei euch alle schönes vampire das gilt die besorgen ja am meisten boden jetzt magier gilder u feuerball was sie nicht sagen ja da könnte man zum beispiel dann konnte sich auch aufbauen und dann brauchen hier los wenn wir da natürlich gerne mal wie so einen helden dann hier lassen das ist aber gelb, das ist nicht der Auffahrer das ist echt nicht mehr so feuer so ein feuerball zehn schaden pro teiler das andere macht tatsächlich mehr das war natürlich eine von denen was der schild das ist halt mehr 50 schaden das ist aber nicht so gut wie der wohnen wohnen Sehr schön, dann mach du mal folgendes, dann geh du mal lieber da rüber, dann kannst ich nochmal so ungefähr Richtung dieser Goldmine begeben, hm, ja so ein Totenbeschwörer, der passt natürlich dann schon sehr gut dazu hier zu diesem Zeug, ja, was hat man denn hier? Na so, ich weiß, ne neue Woche, hm, ja so, ich weiß, ne neue Woche, hm, ja so, ich weiß, genau, ich weiß, ne und gibt immer noch was 15 von den hier in der das geht aber noch so lange als ich zu unseren hauptteil hier runter rennt ist auch egal das heißt es gibt jetzt auch nur noch den zweiten spieler noch mal genau so ein artefakt oder alles das nehmen wir natürlich gerne mit gegen fluch wir sind gekommen dich zu ergern dann hatten wir schon ein paar truppen das gehörte wollen wir lieber so ausdrücken sie machen und gehen erst mal eine kleine armee wenn masseneile finde ich halt irgendwo schon nicht ganz schlecht element einfach nicht dann wird ja nicht sofort ja nicht ganz gut klappt ja 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 und wie viel die gleich wäre. Das heißt, wir müssen noch eine zweite Boge haben. Das ist irgendwie komisch. Das ist etwas verflucht. Wir speichern mal lieber. Zauberspruch. Brotzug. Das ist ein paar Paaren. Das ist ein paar Paaren. Das geht mir ein bisschen was aushalten. Das ist mal lieber noch hier. Das ist ein paar Paaren. 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 Hm. Kann man ne Brücke aufwerben und ein paar Trolle, wenn wir die verbauen. FB 44? Ihr seid langsam. Ich mein, die Eber sind halt nicht besonders hilfreich in Belagerungen, aber jetzt sind wir ein bisschen schneller. So viel ist das, ich mein, ein bisschen zurück. Ja, das ist auch bei Feinkampfeinheiten. So. Ich hab zwar das Hufe Eisen her, hier. Ich hab jetzt auch bestimmt Glück, he. Steine Glück im Kampf. Ich weiß ihm bloß alles. Ah, okay. Da haben wir den Jungs. Ich weiß. Was ist da? Wir machen das ganze Mal. Ich weiß es. Das war es. Ich weiß. Ich weiß. ein bisschen angst ja gut theoretisch ist vielleicht das letzte irgendwo dann da drüben das zieht man auch noch mal los das ist jetzt nicht Ah, okay, das ist doch schon mal jemand. Ah, okay, das ist doch schon mal. So, wir machen schon mal ein bisschen schaden, das ist ja jetzt okay, wenn sie es nicht schaffen. Gut, krass. Okay, ein Stück. Das ging da schon mal recht cool. Das heißt, theoretisch sollte jetzt ja keine Burgen überhaupt mehr haben. Aber noch mehr Helden als ihr, okay. Wir sollten mit unseren Helden, wenn der genügend... Waren wir jetzt da drin gewesen? Nö, ne? Ja, wir würden... Ja, das ist doch schon mal nicht so wirklich zu unbedingt brauchen. Ja, das ist doch schon mal. So, da sind natürlich schon andere Warten hier. Ja, das ist doch schon mal. So, haben wir jetzt... Ganz selten. Ja, wir haben ja Helden als er, das heißt, er kann nur noch einen haben. Okay. Okay. Wir haben ja noch einen schwarzen Drache machen, hm. Hier ist er? Soweit er drüben schon mal ein. Ach hier. Er will da hin. Macht ja auch Sinn. Ach, Quicksilberwer. Macht nicht mehr Sinn, das mal abzugraden. Weißt du, hast ein Artefakt? Ach, Quicksilberwer. Ach, Quicksilberwer. Ach, Quicksilberwer. Ja, aber jetzt gibt's noch irgendwas, was wir uns holen können. Ach so, Will. Gibt's noch. Ich sehe nach hier hinten. Gibt's noch eine Pyramide? Na gut, mal schauen. Gert doh. Die Tauren schießen zurück. 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 Die Tauren schießen zurück.